...dass wir alles tun werden, um den Missbrauch und die Zuwanderung in unser Sozialsystem zu beenden. ...dass wir heute die Garantie abgeben, dann werden wir alles tun, um die Steuerlast für Arbeit. ...dass wir heute in der letzten vier Parteien, die in der Zivilgespräche dieser Hochrechnung die Hürde im Lieben National. ...dass wir heute in der Zivilgespräche, die in der Zivilgespräche dieser Hochrechnung die Hürde im Lieben National.